Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Videoblog. Ich muss sagen, es ist schwieriger wie erwartet, da das ungefähr das zehnte Mal ist jetzt, dass ich anfange. Aber okay. Ich bin Sophie Laura, 24 Jahre alt, halb Holländerin und halb Deutsche und Geschäftsführerin der Max Federn GmbH. Wir stellen technische Federn her, seit 70 Jahren, mit als Ursprung in Holland und seit 25 Jahren die Produktion hier oben im schönen Emsland in Rede. Was sind technische Federn? Das sind zum Beispiel Zugfedern oder Druckfedern. Aber es gibt auch noch viele andere Schenkelfedern, Werkzeugfedern. Aber das zeige ich euch alles in den anderen Videos. Der Grund, warum ich angefangen habe oder beziehungsweise anfangen möchte, ein Videoblog zu erstellen, ist, da ich der Meinung bin, dass es doch wenig junge Leute in der Technik gibt, beziehungsweise Frauen schon ganz. Und ich euch davon überzeugen möchte, dass das doch viel, viel Spaß macht. Ich hoffe, ihr findet das Thema interessant und abonniert und liked. Und dann hoffe ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!